Sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Und es geht weiter mit der Last of Us, die Masseversion. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Auf jeden Fall, Leute, Abonneteaktivite. Klar, gelass eine Beratung da. Guck unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. So. Wir sind gerade im Finanzviertel. Also, so stand es, als ich jetzt in dem Spiel wieder reingekommen bin. Und ich weiß nicht, wo lang. Hier, hab ich gefunden. Naja. Jetzt macht ein Ding, Ellie. Okay. Komm schon. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Ellie, Alter, ey. Du bist immer schlauer. Hm. Ah, ja. Komm mal, ey. Hilfe mir mal damit. Hier. Modifizieren, aber ich habe jetzt gar keinen Bock. Scheiße, runter, runter. Was machen wir noch gar nichts? Nein. 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 Es ist ziemlich viel los, was? Es ist ganz. Das soll sie. Du hast dein Essen. Und es passt hier. Wir haben nichts. Ja. Ja, hier. Okay. Okay. Ist ja nur so, wir kämpfen gegen eine Horde, aber da können wir nicht... Alles klar, aber egal, scheiß drauf. Alter, voll die Wichser, Alter, ey. Nur sogar die Clicker sind nicht mal so gefährlich wie die Menschen, Alter. Diese Räuber oder keine Ahnung. Komm, ey. Den anderen nehme ich mir zu, weil ich hoffe... Wenigstens haben sie Angst. Du musst trotzdem was habenbleiben. Es ist gut, dass du bei mir bist. Das war ein Kompliment. Okay. Naja, brauch ich eigentlich nicht, aber egal. Die kotzen mich so an. Ich will die richtig abschlachten eigentlich, ey. Was ist mit der Market Street? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie sie auch scheuchen. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Sie müssen ja irgendwo auftauchen. Das wird wohl sein Glückstag. Guck mal. Oh, shit. Oh, shit. Rett, Arschloch. Und weg damit. Super Ellie. Perfekt. Alter, war krank. Was geht bei dir? Wer noch? Okay, war krank. Der Mann. Oh, shit! Oh, shit! Ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Muss ich jetzt schon wieder alles durchsuchen, gell? Ein paar Materialien. Yes, yes, yes. Was haben wir hier? Nichts, nichts. Das machen wir hier auch. Messer. Okay. Nice! Da muss man wieder ein paar Sachen erstellen, ne? Mad Cut. Beste, krasseste Teil überhaupt. Diese Nagelbombe. Ist echt brutal. Kann man nichts sagen, ey. Nur, wo lang jetzt? Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit so rumgekämpft, aber wo lang muss ich überhaupt gehen? Oh, shit! Alter, das war knapp, ey. Ja, wo lang, alter? Da, ach so. Da lang? Nein, von da bin ich gekommen. Ja? Ja, von hier bin ich gekommen. Oh, shit. Dann bin ich so gelaufen. Und dann bin ich da rein. Ich habe gerade so Schiss bekommen. Da ist noch eine. Falle. Hier lang. Mann. Das war wohl das Ende dieser Zone. Hier. Komm her, Ellie. Okay. Komm schon! Na bitte! Wir sind fast da. Ja, aber da ist die Brücke, ey. Wir sind fast da. Und wie komme ich jetzt weiter? Ey, ich hasse es. Wirklich, ey. Ohne Spaß. Ich hasse es. Okay. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Du hast 25 Dosen Bacon? Tja, 24. Hab einer verkürzt. Woher hast du 24 Dosen Bacon? Jetzt bin ich am Arsch. Mach schon. Das braucht's. Äh, hey, hey. Das brauchst du dich nicht, Alter. Ich möchte das machen, ey. Jetzt bin ich am Arsch. Mach schon. Ich möchte das machen, ey. Oh, shit. Das wird uns direkt nehmen. Verdammt, verdammt. Der kommt. Oh, scheiße. Oh, shit. Womit schießen die da auf uns? Ja, wir schützen doch. Gleich unten. Ich bin... Ich binMinier. Ja, ich bin auf. Ich bin normal, ich bin Latin. Ich bin alt,ажи. Ich bin davon, warum ich doch jetzt keine Zeit hat. Du weißt, wenn es ein Stück ist, bist du auch tot. Du weißt, was ist mir denn falsch? Shit. Oh fuck! Oh mein Gott! Da ist er. Ich glaube sie sind weg. Wie ist das? Was ist super sch Boulder? Halt dich! Halt diche. Stop! Dürfen wir? Ich hebe. Ich hebe. Ich hebe. Okay. Verdammt! Joel! Warte, warte! Joel, hör an! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann hab ich dich gesehen. Falls ihr es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bringen uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid, wegen... Vorhin. Macht nichts. Ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wach. Die erinnern mich bei Walking Dead. Bei der ersten Folge. Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist sehr ehrenhaft. Der eine Mann da mit dem Kind. Ich weiß, wie der heißt. Er spielt jetzt bei Fear the Walking Dead. Weg von dem Fenster. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wem dieser verdammten... Sam, was machst du denn? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Das ist der eine, der mit dem Stab kämpft. Genau den meine ich. Vielleicht sagt es euch jetzt was. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, wo sind die anderen? Bleib bei ihr. Wir wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich gehe hier lang. Los, such da unten. Vor zur Hölle steckst du, du armselige Blasher. Du Scheiße. Was ist los, Mann? Oh Mann. Tschüss. Tschüss. Oh. Ich gehe hier. Echt? Wie doch, Alter. Er erledigt. Wir können das doch regeln, okay? Dann können wir spielen. Sag doch. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Was war denn das? Hey, wer ist da? Wollte ich mich verarschen, Jungs, ey. Was machst du, ey? Sehr, sehr gefährlich. Ich habe einen Schlüssel, Mann. Durch die Tür. Ist das wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Ich habe einen Schlüssel, Mann. Und woher hast du den? Ich habe einen umgelegt. Er braucht ihn nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Oh, das ist so schön. Beinahe. Okay. Wirklich? Okay. Wir sind da. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Zieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, 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 halt. Ich hab noch einen. Wow. Alles gut. Au. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er da hin. Morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut. Gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Aus dem Grund weiß ich es nicht. Also, den zweiten Teil habe ich keine Ahnung. Aber der erste Teil, krass einfach nur. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, komm mit dir nach. Vergessen. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht es da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Wo ist der hin, Moro? Was ist der hin, Moro ist der hin, Moro ist der hin, Moro ist der hin. Was ist der hin, Moro ist der hin, Moro ist der hin, Moro ist der hin. Was ist der hin, Moro ist der hin, Moro ist der hin. Die Klicker könnten ein Vorteil sein. Was war denn das? Lass bloß auf! Sehr gut! Henry, du musst aufpassen! Okay! Henry, hilf mir mal damit! Okay! Bereit? Los! 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 Halt, halt, halt! Hey! Sie sind hier drüben! Oh shit! Nein! Erledigt! Los, kommt schon! Okay, schau mal nach! Nur noch eine Muni! Ich hör was! Alles klar! Sam, los geht's! Okay, los, auf geht's! Was? Was war der Schwachsinn? Hey, jetzt! Was zum Teufel, Henry! Du Bastard! Alter! Du Bastard! Alter! Wir sind lang zusammen! Heli, chill doch! Wir kommen doch immer raus! Du weißt doch! Fuck! Das war's noch! Ach, mach mal los! Komm schon! ich bin so blöd alter ja ja ергelt ich Scheiße! Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Da war irgendwo... Warte mal, aber wohin muss ich das hin tun? Von hier wird es nicht gehen. Ich kann die Schreine hier doch... Nein, Herr, was macht's mir drauf? Nein, Scheiße. Wohin kann man das hin tun, ey? Warte mal. Also hier schon mal gar nicht. Und was haben wir hier? Ja, kann man nicht hoch. Einfach hier vielleicht, kann sein. Versuchen wir es. Geht nicht. Ah, die Türe. Geil, Alter. Hä? Ich habe gedacht, die Türe. Da hin? Geh mal weg. Ach, komm, Alter. Die Brücke. Geh mal weg. Alli, rein. Ja. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich geb dir Deckung und dann rennst du. Du bist ein Mist. Gott, Gott. Du hältst mich oben. Ellie! Keine Diskussion. Ellie! Verdammt! John! Ich hab dich. Henry! Er wacht auf! Hey du. Wir leben. Okay. Und? Was hab ich gesagt, hm? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschlüpfen. Was ist dein Problem, Mann? Henry! Hey, hey, hey. Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdt ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären entrunken. Okay. Es ist schon gut. Ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Aber Leute, das war's mit der Folge. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt unten. Such mir jetzt diesen Funkturm. In der Videobeschreibung da ist alles verlinkt. Und da hat sich auch die Playlist. Ade. Die Glocke, das war's mit der Leitung. Vielen Dank.